So, die Ferien sind vorbei, aber was hat euch denn am meisten gestört in den Ferien? Ah, Corona-Lambda. Da waren es ja auch Corona. Wir waren auch in Corona-Risikogebieten. Ich habe keinen Bock mehr auf Corona. Max, ich denke, keiner hat hier Bock auf Corona. Trottel. Georg, wie war es denn bei dir? Ah, Corona und die Geringverdiener. Also ich darf ja wohl bitten. Entschuldigen Sie mal, Geringverdiener haben einfach keinen Geschmack. Die tragen eklige Kleider mit Mustern. Leoparden besetzte Polunder. Es ist schrecklich. Sie sieht eins zu eins aus, als sie entgeroast. Geschmäcker sind verschieden, wir machen jetzt weiter. Lass mich doch nicht von Neunklässlern hier beleidigen.